Buch Südtirol Buch Südtirol ist ein Markt von Südtiroler Lebensmitteln. Wir haben das Interieur auch so geschaffen, dass auch dieser Marktcharakter präsentiert wird und wollen einfach das Wesentliche herausholen, aber nicht durch einen besonderen Kitsch oder ein besonders unterstrichenes Design das irgendwie verwischen. Wir verkaufen wirklich von Obst, Gemüse, Frischprodukte über Wein, Brot, Käse, Speck, das ganze Spektrum. Wir haben einen Gastro-Bereich auch dabei, wo man die Produkte verkosten und Essen konsumieren kann und auch einen Event-Bereich. Von der Qualitätsseite her spielt natürlich einmal die ganze technische Qualität eine sehr, sehr große Rolle. Und dann kommt noch unsere Sensorik und auch die Sensorik unserer sehr geschulten Mitarbeiter ins Spiel. Dann machen wir Blindverkostung, tauschen uns intensiv aus und denken natürlich auch vom Produzenten hin zum Konsumenten, Was wünscht sich der Konsument? Und beim Konsumenten spielt auch der Einheimische eine sehr wichtige Rolle für uns. Die Natürlichkeit und die Nachhaltigkeit hat eine große Wichtigkeit bei uns. Wir wollen Kultur vermitteln, wir wollen Sensorik steigern. Wir möchten auch kommunizieren, dass die Schönheit von authentischen Konzepten herauskommt und dass ein Produkt nur dann gut ist, wenn auch eine Persönlichkeit dahinter steckt, die auch das Beste für das Produkt will und schlussendlich auch damit was Gutes tun kann. Musik 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 Musik